Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich mal zusammen mit Victor den Saber Simulator. Dort ist er nämlich ein neues Event und wir schauen uns den einfach mal an. Eif, wenn das Video beginnt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich wirklich freuen. Auf jeden Fall, wo ist die Eventwelt? Okay, also ich muss ehrlich sagen, jetzt, wo ich den Saber Simulator anschaue, der sieht richtig kacke aus. Ich glaube, der ist auch schon älter. Wie alt ist der? Also mit kacke meine ich jetzt nicht, dass er schlecht aussieht, sondern mit kacke meine ich, wie groß die Welt ist. Die geht so sieben Milliarden Meter zur Breite. Das gleiche habe ich am Mega-Noob-Simulator gehasst. Keine Ahnung, was du einen Simulator meinst. Und mit was, K? Wieso habe ich 135K Geld? Wieso bin ich tot? Weil du automatisch 1.000 Mal verkaufen hast. Hä? Das steht doch da unten links. 1.000 verkaufen, 2.000 Kronen. Hä? Aber warum? Weil, das ist jetzt so. Warum? Weil, was weiß ich, Bro? Was weiß ich? Es ist so. Warum sind da Hungerkeulen? Was machen die? Das ist wahrscheinlich das Event, dass du Hungerkeulen sammeln kannst. Ist das das Event? Ja, ja. Du hast hier Hungerkeulen. Wo bist du gerade? Komm mal zur Mitte. Hier, bin ich hier. Ich sehe dich nicht. Hier, hallo. Siehst du? Da. Du hast hier Hungerkeulen und mit den Hungerkeulen kannst du dir hier Eier kaufen. Und das ist es. Das ist ja mal voll. Also dieses eine Ei kaufen. Das ist ja mal voll kacke. Und das ist das Event. Und jetzt müssen wir Hungerkeulen sammeln. Das ist das Event, was mir so hoch eingepriesen wurde. Dir wurde das hoch angepriesen? Ja, von mehreren Leuten. Mehrere Leute meinten so, boah, es gibt neue Events. Und ich hab mir so, das ist voll gut. Digga, das ist voll kacke. Das ist genau das gleiche wie das Halloween-Event. Da waren es auch irgendwelche Handicorns, die du sammelst. Und ja. Ah nein, aber hier ist sogar noch so ein Boss, oder? Was der zu dem Event gehört. Ich hab keine Ahnung, ob das zu dem Event gehört. Ich hol mir erst so ein besseres Schwert. Ich schau mir das jetzt mal an. Warte, sind das die Inter-Bite-Studio-Pads, die hier drin sind? Nein, ne? Ich weiß es gar nicht. Aber vielleicht sind die ja selber selber so Inter-Bite-Studio. Vielleicht. Hier ist ein Earth-Boss, der hat 1200 Leben. Deswegen ist es, es gibt ja keine anderen Pads, als nur diese, ja, Kronen-Pads. Deswegen kann man auch nicht nachschnauschen, wie die Inter-Bite-Studio-Pads sind. Aber der Saber-Simulator ist ja mega kacke. Nichts gegen den Saber-Simulator. Ich spiel den gerade und es ist einfach nur kacke. Ich mach jetzt erst mal was gegen diesen Earth-Boss. Wir zerstören ihn jetzt zu zweit. Und dann schau ich mal, was ich bekomme daraus. Ja, okay, ich komme, ich komme, ich komme. Aber der ist fast schon tot. Ich komme, ich bin hinterher. Du musst dich beeilen. Ich komme, hallo. Oh mein Gott, der Ehrenmann wartet doch nicht auf dich. Ich komme, hallo. Komm, ja, schlag, 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 schlag. Ich schlage. Yeah. Ich schlage. Nein, aber das sind nicht die Inter-Bite-Studio-Pads. Mach einen Schaden. Das sind andere Pads, aber die sehen nicht gut aus. Das sind aber immer nicht die Inter-Bite-Studio-Pads. Ja, ich habe die nur von ganz weit weg gesehen. Und dachte mir, ja, vielleicht. Die sind genauso neonhaft. Oh, ich habe einiges an Kronen bekommen. Und fünf Erden. Ich habe auch fünf Erden. Ich habe 1,2 Milliarden Kronen. Ich habe 100 Milliarden. Nein, 1.000 Milliarden. Eine Trillion. Wieso werde ich jetzt nicht? Ich wurde getötet. Ja, du kannst umgebracht werden. Du bist nicht in der Safe-Stone gerade. Ich hasse diese Spiele. Ich hasse die Spiele, die sowas haben. Ich hole mir jetzt neue Feuchtigkeiten. Also, keinem ist der aber überzeugt, wie ich den Simulator habe. So gar nicht. Das ist so ein guter Simulator. Ticker, wer hat dich verhascht. Ey, was ist? Also, ich nehme jetzt ein 50k-Pet. Ich kann mir hier irgendwas kaufen. Oh mein Gott, ich kann mir hier Sachen kaufen. Ninja. Haustier-Auren. Ich habe ein Schieb. Ich habe ein Schieb. Ich habe eine Dark. Eine Dark. Gut, ich habe mir einige Auren gekauft. Ich habe ein Schieb. Ja, und keine Ahnung, was mir bewacht hat, aber ich habe irgendwas bekommen. Oh, ich bin viel, viel schneller dadurch. Aber ich habe einen Ninja bekommen. Wieso bist du schnell? Ich will auch schneller sein. Weil ich mir eine neue Aura gekauft habe. Und du so? Wie kaufe ich mir Auras? Du musst zum Kronenshop gehen. Wenn du beim Verkaufen Ding bist. Du stehst schon direkt davor. Perfekt. Alle kaufen. Ich will jetzt aber alle Kronen kaufen, die ich kaufen kann. Ja. Oh, ich bin so schnell. Okay, Robles, wo bist du? Ich töte dich. Ich bin schneller. Ja, das stimmt wahrscheinlich sogar. Wo bist du? Komm, ich bin hier. Da. Da, da. Komm. Ich bin hier. Hier stehe ich. Ich stehe doch hier. Warte kurz, warte kurz. Gib mir kurz eine Sekunde. Gib mir kurz eine Sekunde, okay? Okay, ich bin ready wie Spaghetti. Hallo, da, da. Wo bist du? Glaubst du? Komm her. Komm her. Ja, ich wurde einfach gewonnen. Und er wurde gewonnen. Ich wurde einfach gewonnen. Natürlich würdest du das. Ich bin besser. Ey, meine Aura ist weg. Die ist weg? Ich kann nicht verkaufen. Was? Ja. Äh, okay. Okay, jetzt ist wieder alles normal. Ich muss einmal double jumpen. Jetzt ist alles wieder normal. Ich wurde aber direkt getötet, Digga. So ehrenlos. Deswegen mag ich so nicht die Summonatoren nicht, Digga. Du spawnst, du schülpst direkt, Digga. Ich weiß nicht. Ist nicht so der Burner, würde ich sagen. So gar nicht. Ja, ich finde es komisch, dass du zwischen dem Cell und dem anderen Ding keine Safe Zone hast. Wenn da halt eine Safe Zone wäre und so außenrum nicht, keine Ahnung, ist ganz okay. Aber dazwischen drin, keine Safe Zone ist schon komisch. Ich spiele es generell cool. Die Hungerkeulen. Und mit den Hungerkeulen hole ich mir gleich ein OP-Pad und Petsmonat X. Deswegen ist ja, dieses Spiel verkörpert wirklich alles an diesen gesamten Summonatoren, was ich an irgendwie Roblox-Random-Summonatoren spiele, nicht feier. Also keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, was diese Mario-Röhre hier macht. Hier ist einfach so eine Mario-Röhre, aber... Oh, keine Ahnung, ich bin grad Feier-Golems. Keine Ahnung, was du hier willst. Feier-Golems? Ja, das weiß ich auch nicht. Hey, warum schlägt er mich? Ehrenlos, warum schlägst du mich? Ich komm schon, ich komm schon. Wo ist der Feier-Golem? Wo ist er? Soll ich dir zeigen, wie du schnell wachst? Wie schnell wachst? Ja, es steht aber nur, wie du schnell. Oder hattest du in Chat geschrieben? Aber wie du schnell Kronen bekommst? Ich glaub, ich weiß, wie man schnell Kronen bekommt, indem man hier diese Feier-Golem-Sops nimmt, oder nicht? Ich hab jetzt schon... Wo sind die Feier-Golems? Ich weiß es nicht. Mach die Augen auf. Ah, da ist er. Okay. Ja, guck, zeig doch. Oh mein Gott, ich hab neun Doppelsprünge. Ich kann für immer fliegen. Also ich kann mir Haustier-Auren holen? Wild. Wild. Ich mach erstmal Fettschaden. Ich mach dem Typen acht Schaden. Ich bin so gut. Ich kann's dir auch genug sagen, ne? Das Spiel ist irgendwie nicht der Burner. Was hast du hier in dieses Spiel? Ich weiß auch nicht, was du willst. Alles, das Spiel ist kacke. Aber da gibt's Bosse und Bösse und Bosse. Ich werde das Spiel nie wieder spielen. Nein. Ich hab dir dirtet. Bist du gar nicht. Komm, es hängt sich immer auf, wenn ich grad hier neu spawnen, weil ich gestorben bin. Deswegen solltest du nicht sterben. Ja, dann bin ich für 10.000 Jahre langsam, bis mein Cooler weg ist und bis ich Glück habe. Jetzt bin ich wieder schnell erst. Dann stirb mich. Das ist echt nicht ein gutes Spiel, der. Das ist echt kein gutes Spiel, würde ich sagen. Das ist so viele Spiele, die ich gegen hat, ne? Das ist verblüfft nicht. Wie spielt das Spiel? Ich hab 12.000. 12.000? Ja eben, deswegen. Das verblüfft mich wirklich. Ey, als ich das gespielt hatte, das 1.000 oder so. Du, krass. Das hatte keine 12.000 Spieler. Ich schau mal nach. Ich schau mal nach, wie viel das gerade aus. Oh, es hat nicht 12.000 lost. Aber es hatte mal 12.000, das weiß ich. Gerade hast du 3.300. Das ist auch viel mehr, als ich dachte. Ja, aber der Ding ist weg. Es ist echt nicht so das Burner-Spiel, das ist nicht so das Banger-Spiel. Das Banger-Spiel. Ich hol mir jetzt ein neues, groben Ding. Dann würde ich lieber den Speedman-Simulator weiterspielen. Ne, gibt's nicht. Ich bin wieder gestorben. Ja, dann ist das eigentlich so schlecht, hä? Ich werde one-hitted, was soll ich machen? Also, was soll ich sagen? Also, einfach besser sein. Keiner will, ich will Artikel kaufen. Das nicht. So. Ja, ich darf anscheinend wirklich nicht. Ich will DNA kaufen. Was ist das Ding hier überhaupt? Ach, ein Inselportal. Es gibt verschiedene Inseln. Fuchs, ich kann keine DNA kaufen. Wenn ich dir drauf drücke... 111 Inseln? Jetzt endlich! Es ist so ein schlechtes Spiel und ich hasse es. Ich will es nie wieder spielen in meinem Leben. Warum machst du das? Warum bist du... Oh, ich bin gestorben. Ha. Naja. Jetzt weißt du, was ich meine. Ich bin wieder gestorben. Ne, ich weiß nicht, was du meinst. Ich finde, das ist ein gutes Spiel. Das Spiel ist verpackt wie sonst was. Das ist es gar nicht. Du bist nur ein Hater. Digga, fühl dich mal in das Spiel rein, Digga. Das ist verpackt. Du stirbst einmal... Also, erst mal das mit dem Sterben, ne? Es ist eigentlich die dümmste Idee bei jedem Summonator, der das eingebaut hat, dass du einfach instant sterben kannst. Erst mal, das ist verdammt dumm. Dann, wenn du stirbst, neu regenerierst, die Shops sind verpackt. Du kannst nichts machen. Meiner Meinung nach bist du ein Hater. Meiner Meinung nach, Digga, ist das Spiel einfach schlecht. So, ich sammle jetzt weiter meine Hungerkollen. Deine Hungerkollen. Ich liebe Hungerkollen. Ja. Ja. So, ich habe gleich endlich 100 und dann kann ich mir ein gutes Fett holen. Aber keinen Bock auf das Spiel. Das ist nämlich schlecht. Wer sagt das? Ich gehe jetzt zum Tutan-Boss. Wo ist der Tutan-Boss? Das ist ein Drutan-Boss. Ich gehe zum Himmel. Oh mein Gott, ich habe einen Turkey-Warrior. Cool. Ich habe einen Drutan-Warrior. Das ist nur ein Drutan-Warrior, genau. Ich glaube, ich habe... Oder wo ist der Drutan-Warrior? Ich sehe nur. Der Boss erscheint in zwei Minuten. Okay, der ist nicht da. Also, ich capture gerade eine Flagge. Der hatet, ja. Der hatet. Wie du capturest gerade eine Flagge? Besser, aber das wäre mit Safe-Zone. Digga, das Spiel wäre besser, wenn das Spiel nicht existieren würde. Oh, ich verstehe. Jetzt Inseln. Das ist ja wie Bubblegum-Simulator auch noch. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber das ist kacke. Wir sehen. Ich wusste gar nicht, dass du hier hochspringen kannst. Ja, du kriegst dann Kronen dadurch, wenn du so Inseln einnimmst. Ach so. Ja, aber wer nimmt schon Inseln ein? Und nimm nicht mal Inseln ein, bitte. Ja, ich. Ich nicht. Warum soll ich Inseln ein? Ich habe Jui, 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 Jui auch. Hier gibt es weitere Eier aber auch. Oh nein, der Typ wird mich sowas von töten. Oh, der Typ töte, finde ich was leere, Mann. Eine Prinzess. Ich habe eine Prinzess. Wie stark ist die Prinzess? Gar nicht. Prinzess ist ziemlich schlecht. Ziemlich schlecht. Ja, aber schlecht. Also die Eventpads sind so unfassbar gut. Also meine Pads haben nur einen Dreier-Increase. Meine Pads haben einen Tausender-Increase. Beide. Warum habe ich denn nicht? Nein, der eine hat eine 13.000, der andere eine 9.000. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber ich habe eine Muck gezogen. Ja, Mann. Eine Muck. Eine Muck. Eine Muck-Tan. Jetzt habe ich eine Popcorn gezogen. Ne, eine Muck-Tan. Muck-Tan. Jetzt habe ich wieder ein Popcorn bekommen. Ich habe zwei Popcorn bekommen. Yeah. Oh mein Gott. Ich habe so viele doppelte Sprünge. Ich kann so weit springen, wie ich will. Das fühlt sich cool an. Ich liebe es, viel Speed zu haben. Digger. Digga, das Inventar ist auch schon ziemlich kacke. Du hast so viel gegen das Spiel. Das Spiel ist halt einfach kacke. Was soll ich machen? Es ist halt einfach schlecht. Meine Güte. Wie soll man lieber ein besseres Spiel machen, der? Meine Güte. Du hatest nur. Du hatest nur. Ich nehme jetzt mal die Flagge ein. Okay, ich darf sie nicht einnehmen. Nein, nicht die Flagge einnehmen. Lass mich die Flagge nehmen. Ja, ich lasse dich alle Flaggen nehmen. Ja, ja. Wie viele Kronen bekommen man dann? Irgendwie 10 Milliarden oder so. Keine Ahnung. Achso. Ein paar Milliarden. Dafür stehe ich ja nicht mal auf. Achso, das ist eine Milliarde. Dafür stehe ich ja noch weniger auf. Noch weniger auf. Also für das andere stehst du so halb auf. Du setzt dich vor deinem Bett hinterher und denkst dir so, boah, soll ich doch jetzt gehen? Nein, denn für das eine öffne ich die Augen, beim anderen denke ich mir einfach gar nicht. Und was ist das bei Null? Null, hä? Was soll ich da wecken? Ja, nichts. Ja, passiert einfach gar nichts. Ich schlafe für immer weiter, für immer und ewig. Deswegen habe ich gefragt, was ist es bei Null? Und ewig, ne, das ist bei Null. Und ewig, und ewig. Ja, ich wäre gerade fast runtergefallen. Ich bin echt kein Fan von diesem Spiel, ne? Das ist mir schon aufgefallen. Hätte ich mir fast gedacht. Echt? Echt, das ist mir? Ja. Das ist schon öfters. Oh, hier ist uncaptured, das nehme ich mir. Nee, das ist verbuggt, dass da uncaptured steht. Das ist gecaptured. Das ist wahrscheinlich sogar von mir gecaptured. Nein, hä? Ich bin bei einer Höhe von, keine Ahnung, 20 Milliarden. So kannst du gar nicht sein. Ich auch. Nein, so kannst du gar nicht sein. Ich mag gerade nichts anderes als springen. Ich bin auch bei Höhe. Wie, welche Farben haben deine Platten? Schwarz, keine Ahnung. Ja, meine sind auch schwarz. Sind wir auf der gleichen Insel? Du bist auch, du bist über mir, Digga. Ja, natürlich bin ich über dir. Du bist ein Millimeter über mir. Lass mich noch einmal die Belohnung bekommen. Ich sehe, wir sind in der Insel dann, nee. Wir sind in der Inselkämpferne. Okay, ich will, ich lass den in der Insel. Nur, weil ich dich umgebrachte. Du wolltest dich auch töten? Ja, ich wollte dich auch töten, hä? Ja, okay, ich habe sogar noch mit Herz gesagt. So, okay, wurde dann nicht, Digga. Und der kommt so und will mich töten. Ja, ich bin runtergesprungen, hä? Und das ist normal. Ja, ich will dich wieder töten, say. Ich will nur einmal diese Belohnung haben. Nur einmal? Nur einmal. Also nicht zweimal? Das reicht mir schon. So, und ich bekomme... Nächste Inselschutz. Okay, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr wie eine Milliarde bekommen. Ja, du hast noch bessere Pets. Das waren 1,5 Trillionen, die ich bekommen habe. Ja, ich habe halt nicht so gute Pets. War nicht schlecht. Ich werde aber jetzt noch weitere Pets öffnen. Und das Dominus Egg, let's go. Was kriege ich daraus? Dominus Aures. Das sieht nicht aus wie Dominus, aber passt schon da ja. Und was kriege ich daraus? Einen Dominus Rex Cringe. Ja. Dominus Cringe. Dominus Cringe, der. Wieder ein Dominus Rex. Also ich kriege die ganze Zeit ein Zweier-Pet. Ich finde es aber komisch. Oder... Oder... Weißt du, was dieses Spiel hat, was kein Roblox-Spiel hat? Äh, schlechtes Gameplay? Nein. Aber wenn du mal hinschaust, nach oben schaust, einfach während du springst, die Inseln laden erst später. Das hat kein Roblox-Spiel. Jedes Roblox-Spiel, wenn du joinst, ist komplett geladen. Ist es nicht? Lol. Schöches Spiel. Also es ist wahrscheinlich nicht bei jedem Spiel. Safe ist es auch bei anderen Simulatoren so. Und hier ist es einfach nur so schlecht umgesetzt, dass du es siehst. Ja, wegen keinem irgendwie Rauch. Nicht Rauch aber. Aber generell, normalerweise ist es in Roblox-Spielen so, dass alles geladen ist. Soweit ich weiß. Ich kann mich aber täuschen, weil ich keine Ahnung habe. Entweder ist es gut gemacht bei Bumpergum-Simulator oder bei Bumpergum-Simulator. Es ist auch nicht komplett geladen. Und ich flieh komplett runter, weil ich schlecht bin. Ja, ich flieh komplett runter. Oh mein Gott, ja. Ja, komm, ich bleibe ganz unten. Oh, bin du schlecht. Gameplay-Post. Gameplay-Post. Please wait while the game content loads. Weil ich so weit nach unten gefallen bin. Ja, jetzt muss es erst nachladen. Ja, was soll? Schlechtes Spiel. Ja, aber da merkt man, dass da ein System hinter ist. Da merkt man, dass das Spiel schlecht ist. Man merkt aber, dass da ein System hinter ist. Ja, aber ein schlechtes System. Ich weiß gar nicht. Die, die, die ist jedenfalls nicht schlecht. Wenn du das Spiel so sehr liebst, dann heiratest du doch, Fuchs. Ich, ich lieb das Spiel nicht. Ich will nur das anerkennen, dass das die, die, die gar nicht so schlecht ist. Cringe. Ich spring jetzt out of man. Ich spring jetzt weiter. Da, Digga. Digga, da ist hier irgendwas. Lol. Da geh ich jetzt mal hin. Oh mein Gott, da ist irgendwas. Ja, da ist was. Da geh ich jetzt hin. Okay, da geh ich hin. Da geh ich hin. Das sind irgendwelche Boxen. Die sind voll komisch aus, die Boxen. Voll komisch. Die sind voll komisch aus, Digga. Schau dir die mal an. Ich komm gleich. Ich will noch auf diese eine Insel und dann komm. Warum sieht man das hier? Digga, daran sieht man auch, dass das Spiel schlecht ist. Okay, warte. Bin jetzt gleich auf der Insel hier. So, wenn ich, jetzt komm ich. Du kannst mir keinen Argument nennen, warum das Spiel gut ist. So, wo bist du? Ich bin hier auf der Plattform. In der Plattform? Ja, irgendwo random in der Luft. Wo? Welche Richtung? Unten. Wow. Welche Richtung, Bro? Ja, schau nach unten. Schau unten unter der Map. Also unter der Map bist du. Okay, gut. Ich suche gerade noch einen Weg hier rein. Achso, hier bist du. Oh, ich sehe. Da bin ich auch hin. Ja, was ist das? Es sieht aus, als wäre es so Test. Was ist das für den Müll? Das sind die Testdinger und die hat er jetzt einfach mitgeupdatet, wahrscheinlich. Ja, was ist das, Digga? Weiß es nicht. Das ist so ein schlechtes Spiel, ne? Schlechtes Spiel, der. Ich weiß nicht. Es ist sogar Wasser in der Luft. Wo siehst du Wasser? Das ist kein Wasser. Das ist kein Wasser. Das ist einfach nur so ein blaues Ding. Hier, mittlere Insel, mittlere Insel. Ah, mittlere Insel. Okay. Ah, da, ich sehe es ja. Kannst du da drauf stehen auf dem Ding? Nee. Ach, das ist Wasser, oder? Das ist Wasser. Nee. Nee, das ist einfach nur, Ding. Ja, das ist einfach nur durchsichtig. Äh, durchlässig. Und durchsichtig. Genau. Genau. Ja, du kannst mir keine Argumenten nennen, warum das Spiel gut ist. Ich habe dir gerade davor eins genannt. Was hast du mir genannt? Das hat so ein System, das du musst jetzt laden und alles, du weißt schon. Aber das System ist schlecht. Das ist kein Punkt. Nee, doch. Das System funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also, halbwegs. Bisschen. Also, als willst du mir sagen, dass wenn jemand sich in die Hose kackt und dann sagt so, yo, bro, ich habe mir aber Gedanken hinterher gemacht, wie ich mir in die Hose kacke, dass ich so erst mal ein Stückchen rausgehen lasse, dann 15 Sekunden warte und dann, ja, 10 Sekunden warte, würdest du es also einen Putzpunkt nennen? Nein. Wenn wir den Vergleich fortführen wollen, dann würde ich sagen, die Kinderlähmung stirbt. Das kannst du zu allem sagen. Nein. Also, ich finde es besser, wenn meine Tomaten nicht vergammelt, als wenn die vergammelt. Nein. Es ist, irgendwie bin ich gestorben. Es ist besser, dass dieses Spiel funktioniert. Anders würde es nicht funktionieren, weil es einfach laggen würde komplett. Anders wäre dieses Spiel nicht möglich. Mit einem Tablet. Das hat nichts mit einem Tablet. Das kannst du auf jedem Gerät spielen und es würde laggen. Du kannst aber auch einfach andere Welt machen, wie bei Petsmutter X. Das wäre auch möglich, aber das wollte er halt einfach nicht. Ja, aber es geht genauso, wie bei Petsmutter X. Aber hier geht es auch. Es funktioniert. Wie genauso. Also, es funktioniert. Ich bin gerade runtergeflogen, weil man lädt es 1000 Jahre. Ja, dann bist du halt einfach schlecht. Das krieg ich doch wieder. Bei der Spielschicht ist es. Du bist schlecht. Oh, Trainer, was willst du von mir? Was kann ich überhaupt mit Erde machen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, du kannst hier irgendein Zeugen machen. Bei dem Feuerding war irgend so ein Händler oder so, was auch immer das war. Stufe 30+. Was für Stufe? Der Typ will mich hier töten, der Typ da. Ja. Stufe 30. Ich spiele die jetzt hier da rum, will ich töten. Hi, Robo, es ist ein Typ, der will ich töten. Das war es jetzt an der Stelle auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut jetzt noch bei einem dieser eingeblendeten Videos hier vorbei und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao.